Hallo ihr Lieben und ein herzliches Willkommen zurück zu 7 days to die. Hallo. Hallöchen. Hallöchen. So, ich muss jetzt noch geschwind hier meine Falle fertig machen. Die ist hinten noch ein bisschen offen. Die muss ich noch ein bisschen zu machen, damit die auch wirklich für die nächste Schlacht, Blutmond Schlacht hier bereit ist. Du weißt schon, dass geschwind ein dehnbarer Begriff bei den Schwaben ist. Geschwind kann über mehrere Stunden gehen oder mehreren Tagen oder Wochen. Das ist wie mit den Spielen, die sagen Early Access und werden nie fertig. So ist es. Das ist hier jetzt gerade aber ein schlechtes Beispiel. Ach so. Tja, man munkelt. Sie arbeiten heute noch. Wie war das? Half-Life 3 kommt nächste Woche raus. Was? Half-Life 3 ist, glaube ich, schon seit fast 20 Jahren angekündigt. Echt? Ja, wenn sie nicht gestorben sind. Da kam noch nie. Aber es ist wahrscheinlich. Aber es sind eben noch weiter. So eh ein Xbox-Spiel, oder? Nee. Half-Life. Half-Life hat immer fast geschafft. Das ist fast geschafft. Xbox ist Microsoft Basis. Sorry, Xbox. Aber egal, egal. Pusteflummelkuchen. So. Wurzel. Ja. Beim nächsten Mal ernten. Bleibt Kartoffeln und Pilz ist erstmal übrig. Beim nächsten Mal ernten. Das ist gut. Ja. Nein. Echt? Hm. Dann gibt's ja Essen für uns. Gibt's ja Fressi, Fressi. Ich für dich. Dann hat's... Dann... Dann sollten wir ganz gut hinkommen. Okay. Dann muss ich nicht mehr so hungern. Irgendwie schlimm, wie warum hackst du eigentlich Holz? Aber hungern muss jetzt auch niemand. Äh, ich hacke Holz für Honig. Okay. Achso. Da kommt Honig raus. Bei mir ja. Ja. Stimmt, weil ich gespielt hab, ne? Nein. Ich hab ein Buch gelesen. Deswegen empfehlen wir dir ja auch, Bücher zu lesen. Hahaha. Hahaha. Warte mal. Das kommt mir wirklich vor. Dummklappe, Schatzi. Warte mal. Hier sind ganz viele Bücher drin, die bei mir noch alle ungelesen stehen. Aber soll ich die alle lesen? Es gibt auf jeden Fall Erfahrungspunkte. Die Frage ist jetzt allerdings... Sind es viele Punkte? Und lohnt sich das, dass du die alle liest? Die Frage ist eher... Ja. Ah, der lohnt sich. Oh, der lohnt sich auch. Hahaha. So schnell kriegt man ihn zum Bücherlesen. Ah, guck mal, der lohnt sich auch. Oh, der ist auch gut. Alter, die sind ja alle wirklich gut. Ja, es... Es ist ja nicht so, als hätten wir dir wochenlang gesagt, du sollst was lesen. Hallo? Hat einer Schlagmann Band 6 gelesen und kann ein Stahlknüppchen nicht sein? Ja. Sekunde. Das geht nicht schon. Ne, hab ich nix. Da ist schon drei Jahren. Da ist nicht nur ein. Da ist nicht nur ein. Da ist schon wieder einer. Oh, Melle unten im Gartencenter ist schon ein Ding offen. Oh, super. Ich bin auf dem Dach. Moment. Die kommen. Hä? Da. Wo ist so ein Ding offen? Also, ich hab's immer noch nicht drauf mit dem Abschätzen der Distanz. Deswegen hab ich hier Stuhlflämmeln. Die beste Distanz, die wir haben. Lass ich kuschle lieber mit denen. Ach, du meinst dieses, ähm, das Teil hier was? Da so ein Gitter ist kaputt. Ja, das ist auf Kopfhöhe, ne? Ja. Hm? Da warten wir noch, bis das untere auch fehlt. Ach so, wegen Kopfhöhe. Ich hab rausgefunden, wenn wir was upgraden, dann immer am besten der zweite Ebene, also nicht auf der Fußebene, sondern auf Kopfhöhe anfangen. Dann drunter und dann erst drüber was upgraden. Das spart Material, beziehungsweise ist am sinnvollsten, anstatt alles sofort upzugraden. Okay. Weil die Zombies greifen nur auf armen Höhe an eigentlich. Wobei, da gibt's doch so'n Krabb noch. Ich hör doch. Ja, aber diese, diese Kriecher sind nicht so, nicht so häufig. Hm, wir sind sowieso vor die Haustür. Da geht's grad ab. Ja, da ist noch einer. Na ja, wundern. Guten Tag. Eigentlich hätten wir noch geschlossen. Ich komm mal weg. Oh, da kommt der Schreier. Guten Morgen. Ding Dong. Heute schon Kopfweh gehabt. Nee, aber jetzt. Nee, jetzt hat er keinen Kopfweh mehr. Er hat gar keine Schmerzen mehr, der Arme. Ähm, Im, kannst du, wenn du Zeit hast, ein bisschen Blei besorgen für Munition noch? Nein. Vielleicht hat er Blei in die Rohkiste reingepackt. Ja. Aber das reicht ja. Nein. Er kennt meine Menge. Nein. 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 Ja. Okay. Weil du's bist. Ja. Ich hab dich aufgelegt. Der bringt ja wieder Mais mit. Vor allem. Ich weiß, was geil ist, der Wutz gesagt, er hat Blei da reingelegt. Das ist ein Blei. Ein Stück. Ach, was muss. Das war nur einer. Er erkennt seine Menge nicht. Naja, dann tut's mir leid. Nee, ich kenne seine Mengen sehr wohl. Aber ich weiß nur, dass ich Blei reingeschmissen hab. Ich weiß aber nicht wie viel das war. Kleinfieh macht auch Mist, Schatzi. Und wer den Penny nicht ehrt, ist die Mark nicht wert, hat's damals immer geheißen. Sei doch mal ein bisschen dankbarer. Eben. Wir hatten doch nie Pennys, wir hatten Pfennig. Ja, von mir aus auch das. Wer den Cent nicht ehrt, ist das Spiel komplett wert. Hä? Hä? Ja. Ganz ehrlich, ich hab genug von dir. Ich geh jetzt in irgendein Loch. Wie war das, Wurzel? Warte. Warte. Katze in der Kuh. Nee, was war das? Du hast doch ein Buch geschrieben, oder wie? Ich müsste erst in die Datei reingucken. Ich weiß es aus dem Kopf, weiß ich das auch nicht mehr. Katze in der Kuh. Ist mir in die Füße gerutscht. Ist mir in die Füße gerutscht, genau. Das bleibt dir hängen. Das ist ein Evergreen. Was? Das glaub ich auch. Das ging jetzt voll los. Das ging jetzt voll los. Ah. Ja, Schatzi und Reimen. Ich schwör. Brüche. Kennst du den Film, ähm, der blutige Fahrt Gottes? Nee. Nee. Okay. Alles klar. Muss man den kennen? Äh, ja sag ich, sag ich die schlechte. Also muss man nicht, muss man nicht kennen, auf keinen Fall. Aber ist nicht schlecht. Ich bin auch ohne groß geworden. Also. Jedenfalls gibt's da den Barkeeper und der bringt immer die Sprichwörter durcheinander. Ah. Also der fängt mit der Hälfte an. Und du hast ja bei so einem Sprichwort, hast du ja zwei Teile. Ja. Du führst ja ein, sag ich mal. Also. Ja. Wurzel hat Einführung gesagt. Wurzel hat Einführung gesagt. Also, also. Sorry, der war mir jetzt. Du führst ja ein. Und dann. Oh. Trink dein Tee. Okay. Trink dein Tee. Halt die Klappe und trink dein Tee. Und dann kommst du ja zur Präernte. Und der Barkeeper in diesem Film vertauscht das immer. Also der nimmt den Anfang, das einen Sprichwort und beendet es mit dem anderen. Anderen. Ja, das könnte mein Mann sein. Genau. Genau. Ganz genau. Ich krieg da jetzt aber auch gerade kein Beispiel zusammen. Vielleicht fehlt mir jetzt ein. Schatzi, hast du mal in einem Film mitgespielt? Wir wissen nichts davon. Nicht wissentlich. Also sonst wäre ich jetzt schon Millionär oder nicht? Naja, wenn du schlechte Filme machst, wusstest du da auch nicht. Ja. Würde ich gerade sagen. Das ist nicht zwangsläufig so. Es gibt ja auch schon andere Stars, die nicht viel zustande gebracht haben. Holt mich hier raus, ich bin ein Star. Warte, was? Du hast da mitgemacht? Das war die Mimimi, die da immer mitgemacht hat. Sofort wieder so. Du wirst mit deinem Tuk-Tuk hin. Ne, ich geh wieder. Du wirst mit deinem Tuk-Tuk hin. Ja, ich soll doch Blei besorgen. Achso, mit dem Tuk-Tuk. Ja, mit dem Tuk-Tuk. Tuk-Tuk-Tuk-Tuk-Tuk-Tuk-Tuk, das Stein. So, ich muss mir aber deine neue, also morgen, wenn es wieder hell wird, erstmal deine neue Falle angucken. Oh ja, die ist sehr, sehr schick. Ich muss mich da vertraut machen damit. Ich wette, wir gehen drauf. Ich bin eigentlich stolz auf das Ding, aber okay. Ich habe so die Befürchtnis. Die Befürchtnis? Die Befürchtung. Aber Befürchtnis ist viel... Das ist angsteinflößender. Da ist man viel mehr befürchtet, wenn man die Befürchtnis hat. Der hat es so groß gebaut, dass ich mit dem Reparieren wahrscheinlich nicht hinterherkomme. Oder erst am nächsten Morgen. Irgendwie werden wir schon... Achso, hier. Am nächsten Tag schnappen wir alle unsere Schlafsäcke. Wir ziehen um. Schon wieder hin? In die Falle mit dem Schlafsack. Ja. Falls wir sterben, dass wir nicht zuhause aufwachen. Weil ich habe keinen Bock, unsere Base zu verlieren. An die Arschgeigen. Achso, wir sollen dann die Schlafsäcke in die Falle legen. Richtig. Und dann machen wir ja in der Falle auf. Ja, ganz weit hinten. Und dann baue ich da noch eine Kiste. Und zumindest mal Waffen gelagert werden können, wenn man dann wirklich stirbt. Aber besser als in der Base. Kannst du fünfmal sterben? Du wachst halt immer wieder in der Zombie-Horde auf. Ja, du kannst ja auch in der Nähe... Ich weiß nicht, ob die Schlafsäcke zerstören. Ich habe keine Ahnung. Mach uns das kaputt. Du kannst ja aber auch auswählen, dass du nicht am Schlafsack aufwachst, sondern daneben. Gut, ich könnte ja auch auswählen, erst gar nicht reinzukommen, wenn ich einmal gestorben bin. Ich warte dann einfach, bis ihr fertig seid. Achso, machst du das. Ja. Nach mir die Sinnflut. Ja, so ungefähr, ne? Okay, ich brauche ein paar Steine. Ganz schnell Stein. Ich darf ja meine Steinmine nicht mehr benutzen. Äh, nö. Das ist jetzt das Verhörkreuz. Zwei Stühle stehen schon. Achso, Verhör... Naja, da fehlt noch die Lampe dann auf der einen Seite. Ja. Also irgendwie habe ich meine Blei-Quelle verlegt. Ich finde sie gerade nicht. Oh. Okay. Krankenhaus. Im Innenhof. Drei Stück. Nein, nein, das sind ja keine Blei, äh... Es sind mehr als Wurzeln reingelegt hat. Das war aus Versehen. Jetzt nage ich mich da nicht drauf fest. Jetzt habe ich sie, ich habe sie. Was? Ich könnte 1500 Betonwischung machen. Ja. Mach ich aber nicht das Zement für den Leer. Da muss ich auch noch Zement besorgen. Menschenskinder. Ja, du bist... Du wolltest Buddler werden. Ich wusste ja nicht, dass ich da die ganze Zeit nur für dich hin und her renne. Ich glaube bei den nächsten Spielen wirst du nie wieder Buddler. Das weiß ich jetzt schon. Ich schlage jetzt das Protest auf dieses Blei ein. Ja. Von der Größe her ist er ja größer als wir, ne? Und er muss da in die Linien runter. Und ich bin auch noch alt. Was? Bist du jünger? Ja, aber guck dir doch mal meinen Charakter an. Ich habe schon Glatze... Das ist Tarnung. Ach so. Also mit Make-up kann man sich ja jünger und älter machen. Also bitte. Meinst du mein Sixpack ist noch aufgemalt? Ja. Ist ja nett. Eindeutig, eindeutig verloren. Ja, du hättest die Waden von... nehmen müssen. Da hätte ich es dir geglaubt. Meine Waden? Ja. Warum meine Waden? Na, wo du hier warst, hast du doch... Ach so, die Waden. Ja, gut, die habe ich immer noch. Ja, siehst du? Ja, das hat ja nichts mit dem Spiel zu tun. Na und? Hättest du ja die Waden einstellen müssen. Statt den Sixpack. Ja, wenn ich die Wahl hätte, würde ich das hochrutschen lassen. Ach so. Mir sind meine Waden egal. Weißt du, du hast noch nie jemanden angeguckt und gesagt, ey, guck dir den mal an, der hat voll die fetten Waden, der sollte mal Sport machen. Aber wenn ich dann hier so einen Bauch raushängen lasse, dann ist sofort, hey, du solltest mal ein bisschen Sport machen, oder? Also, wenn ich die Wahl habe, dann... Ja, dann hätte ich lieber weniger Bauch, mehr Wade. Äh, nee, andersrum. Verdammt. Weniger Bauch und... ja, doch, mehr Wade. Ja, doch, das war schon richtig. Ja, das war richtig. So ein Mist. Also meine Bleimine war schon wieder erschöpft. Oh, die Nacht fängt an. Das ist ja schön, ich mach einfach die Klappe hier hoch, dann bin ich sicher. Es ist Nachtruhe, bitte still sein, ja. Pscht, pscht. Schlaf lieber im Pi, schlaf ruhig ein. Du weißt, dass ich am Steuer bin. Ach so, nee. Ich dachte, du wärst schon angekommen. Das war ein Angriff auf mein Leben. Ah, Supermais ist auch fertig. Ach so, wir brauchen ja auch ein bisschen Licht hier drin, ne? Äh, ja. Wäre ja ganz gut. Wäre ja nicht schlecht. Ach nee, wir haben unsere Bergmauer hin. Ja. Ja, Licht ist jetzt relativ gesehen. Ich meine, einmal mit der Fackel auf diese Zombies drauf, dann haben wir ja nicht genug. Oh cool, hier ist ein Strandhaus. Nee, Alter. Da heut irgendwo ein Wolf. Na, la, 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 la. Hm, wo ist es, dass wir schon wieder 2013? zack ich finde echt kein bleiben ja ich weiß auch nicht mehr genau und welchen wo man blei eigentlich sucht ja gut blei hat es glaube ich in allen das ist nicht das problem ja also ich meine jetzt weißt du wie bruchsland ja wo muss mehr findet ja ich hatte bisher auch nie ein problem blei zu finden aber ich hab's halt nie gebraucht okay Ich fahre immer wieder an Eisen und Kohle und so Zeug vorbei und an Steinen, aber nicht auf Blei. Na ja, ist jetzt auch nicht so drallisch wichtig. Na komm schon. Gut, aber ich markiere mir das ja dann immer gleich auf meiner Karte. Als Bleimine und so Zeug. Wobei, warte mal, war nicht in meiner Kohlemine auch ein bisschen Blei drin? Warte mal, muss ich mal gucken. Da war doch irgendwas, irgendwas kitzelt an meinem Unterbewusstsein. Das kitzelt? Kille, 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 kille. Ich hab mir da meistens gebracht für dich. Das ist gut. Gleich rein. Mensch, da wird man mit dem Bauen hier auch mal schlimm. Hey, die erste Kaffeepflanze ist fertig. Cool. Cool. Aber du musst es jetzt selber, du musst es jetzt irgendwie selber verarbeiten, oder wie? Nö, ich brauch nur den Kaffee, den fertigen. Das Getränk. Fertigen Kaffee. Mehr brauch ich nicht. Wozu brauchst du den denn? Damit kriege ich 20% mehr Material beim Abbauen. Dann brauchst du den Kaffee, also den Getränk, den Getrunkenen? Ja. Das Getränk. Ja. Aber ich kann den selber irgendwie potenter machen. Warte mal. Du musst mal gucken, was ich gelesen hab. Ich hab hier irgendwo so ein Buch gelesen, nämlich. Der liest mehr als du. Von diesem zwei Jahrhunderte alten Kaffee-Rezept lernst du Kumpelmelasse zu kochen. Ein extrem starken und lange wirkenden Kaffee, der dich wärmer als der Arsch eines Brunnengräbers halten wird. Du kannst Melasse fertigen. Einen extrem starken Kaffee. Also brauchst du den Kaffee, also nicht den gekochten, sondern du brauchst den normalen. Ja, wahrscheinlich die Bohnen dann. Ja. Dann lass ich dir die drin. Ja, das ist alles Kohle. Das ist auch Kohle. Hab ich mich doch vertan. Ja, aber irgendwo hatte ich doch Blei mit drin. Ist jemand an der Tür? Nee. Ich nicht. Ist nichts. Ich auch nicht. Okay. Wurzler ist irgendwo ein Hund. Ich weiß bloß nicht wo. Du hast uns mit dem Hund-Geräusch verwechselt? Also jetzt, ich frag jetzt nicht irgendwie. Deswegen frag ich es jemanden draußen, aber da hab ich einen Hund gehört. Oder Wolf oder was auch immer. Ich musste es ja lauter machen. Es ist ja dunkel. Ich geh nicht raus. Okay. Dann bleiben wir drinnen und warten, bis die reinkommen. Ich hab keine Lampe. Ja, Schatzi. Er hat keine Lampe. Ja, ich hab noch keine Mord bekommen. Von wem kriegst du die? Ja, du. Was? Achso, hallo. Au, 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 au. Achso, dazu brauch ich aber Stahl. Das ist ja das Problem. Ich hab... Fünf Stück. Ha. Das hab ich ja schon gehört. Und das gibt Fleisch. Oh, eine Schreierin haben wir auch. Moment, Madame. Sie draußen, Erbo? Ja, noch schon. Okay. Guck mal, wo die erste junge Dame ist. Ich denke, links herum, so wie es dir angehört hat. Ja, rechts war ich jetzt. Hi. Voll, das Bein weg, zerfetzt. Endlich hab ich Blei gefunden. Ich bin's nur, ich bin's nur. Ich hab Licht an. Oh. Na, ging dir ein Lichtlein auf? Okay, die Schreierin ist weg. Ich habe sie dir gegönnt. Ja, aber ihre Genossenschaften kommen ja bald an. Nee, die hat nicht geschrieben. Achso. Ich hatte keine Zeit zum Schreien. Die hat nur so getan. Mhm. So. Fleischschwüre kommen. Ich leg das mal alles hier in die Mitte rein. Tierfett, wo kommt das nochmal hin? Ich leg das immer in diese versteckte Truhe in der Küche. Achso, also zum Wurzeln. Okay. So, Knochen haben wir auch schon mehr als genug gehört. Da ist ein bisschen Schießpulver. Oh, jetzt könnte ich ja auch meckern. Ich hab noch Tierfett. Und was bringt er? Eins. Du bestellst aber auch keine 1.000. Doch. Einfach nur aus Prinzip macht er das jetzt. Ja, sie können es ja machen, ja. Wurzeln, dann können wir ganz viele Fackeln herstellen. Momentan ist es das Einzige, was ich weiß. Ja, was machst du eigentlich immer mit dem Fett? Also, das ist eine ganz dumme Frage. Noch gar nicht. Achso. Aber, äh, kommt noch. Was kann man da draus machen dann? Äh. Fackeln. Äh, äh, nee. Äh, irgendein, irgendein Gericht, irgendein Gericht. Ich hab da aber nicht im Kopf welches. Aber, Fettaugensupp. Aber, aber dafür fehlt uns noch, ähm, das Gemüsegelump. Grünes Essen mag ich nicht. Gemüsegelump. Gumbo-Eintopf. Ja, genau. Zum Beispiel Gumbo-Eintopf. Aber da hast du doch mal einen gemacht. Der haut dich doch gleich voll. Ja. Oder auch Kürbiskäsekuchen. Kürbiskäsekuchen. Geil. Kürbiskuchen. Wie sieht das eigentlich bei euch mit der Donnerbüchse eigentlich aus? Was? Mit der Donnerbüchsenmunition. Wie sieht das da bei euch eigentlich aus? Hab ich noch 20 Schuss. Ah, hier liegen noch 150 drin. Ach, da liegen ja auch noch mega viel Schrottflintenmunition drin. Ja, aber du musst unterscheiden zwischen dem Schrott und der Donnerbüchsenmunition. Ja, ja, Schrottflinten, das ist meine. Und die Donnerbüchse ist deine. Und, ähm, Wutzel hat ja auch meine Schrottflintenmunition. Genau. Aber ich hab noch 35 noch Tash. Also, ich hab ein bisschen. Ja, mach mal das nächste Mal, wenn du dich erlangläufst, mal ein 150er Pack drauf. Ja, ich wollte nicht so viel nehmen. Ich bin da nicht so, nicht so bierig. Deswegen hatte ich mir 35 rausgenommen und dachte mir, okay, schwimm bescheiden. Ja, das sehe ich auch. Also, ich hab 150 Schmutzflinte und 309 Millimeter. Und wir haben noch jede Menge in der Munitionskiste. Deswegen bist du so schießwütig, weil du einfach alles hast. Ja, wir haben's ja. Aber ich kann mal so schnell schießen. Die Schrottflinte nehme ich ja eh nur, wenn's eng wird. Achso. Ja, aber die wird's immer eng. Ich schieß eigentlich auch nur auf die Geier. Sag mal, Schatzele, willst du eigentlich wirklich die ganze Zeit auf dem Knüppel bleiben, oder möchtest du auch noch eine Waffe haben? Ich kann den Vorschlaghammer empfehlen, der ist super. Macht's immer flattig. Ich hab noch keine Ahnung. Ich weiß, die meisten sagen, irgendwann brauchst du eine Waffe. Und mit dem Knüppel kommst du nicht mehr weit, weil wir die schwuppenden Viecher kommen. Ich muss nur dran vorbeilaufen. Ja, weil es so weit ist, dann zeige ich dir mal alles gut. Also wenn, dann muss ich wahrscheinlich so einen Trick anwenden, wie der eine letztens bei TikTok. Weißt du, der hat da so einen Bepper dran gemacht, der hat in die Wand geschossen, hat sich einen Bepper dran gemacht, dass er weiß, wie sein Lauf von der Pistole ist, und dann ist er losgegangen und hat die Leute abgeknallt. Und der hat tatsächlich immer getroffen, weil er immer einfach nur die Leute unter dem Bepper verstecken muss. Der wusste immer, wo es an dem Ding hinschießt. Kapiert? Nö. Gut. Nächstes Video finde ich, schick ich dir zu. Super. Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's total kapiert. Du hast auch das Video gesehen. Oh, irgendeine Neuigkeit. Ja. Ein Ölschiefer, ein Benzin. Das haut mich jetzt nicht so wirklich vom Hocker, das ist nicht so viel. Also in 100 Minuten sind 60.000 Benzilenkönister fertig. Das klingt schon besser. Boah, da kommt ja jede Menge raus. Hallo? Du? Boah. Alter. Wir haben ja beim Auto los. Rechne nochmal nach, ob die Zahlen noch stimmen. Ja, ja. Das ist anscheinend immer so ein Zehner-Stack. Ein Ölschiefer, zehn Benzilenkönister oder so. Geilo. Das klingt schon besser. Da mach ich mit. Ja, da mach ich auch mit. Da kriegst du auch meine Stimme. Ja. Ja, da werde ich wahrscheinlich nicht so oft zu dir rennen und sagen, komm, bring mir mal 10.000 Ölschiefer oder so. Nö. Sag das nicht so laut. Wer weiß, was kommt. Nee, wenn der Erdbohrer irgendwann mal da ist, den kriegt Impfen, weil er ist der Butler. Also prob er, das beziehe ich, nicht ich. Ich brauche nachher nur das Benzin, wenn ich dann das Auto habe oder Motor hat. Ja gut, aber ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Erdbohrer, weil ich verbrauche eh fast keine Ausdauer. Und der verbraucht ja auch das nicht. Ja, aber der macht das ja dann von alleine. Was? Sprich, du brauchst ja dann bloß noch die Biome abklappern. Und dann holst du aus dem Bohrer raus, was er drin hat. Ach so, den stelle ich auf. Vielleicht dachte du meinst jetzt diesen Auger oder was auch immer, wie das Ding heißt. Wir hatten in die Küche einen Holzstramenblock gesetzt. Eigentlich das Ding, was du in der Hand hältst. Das war ich, ich wusste nicht wohin damit. Ach, tut mir leid. Also ich kenne jetzt nur den Spiralbohrer, den meine Hand hält. Ja. Ja. Ne, aber es gibt ja bestimmt so ein Bohrer, den du halt laufen lässt, wo du Sprit reinpackst und der läuft dann. Ich vermute, es hast du bloß hin. Das vermute ich. Ja, ich weiß es nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Das wäre nicht. Aber ich gehe davon aus. Ne, also der Erdbohrer ist eigentlich so, du nimmst sie in die Hand und dann geht es einfach. So. Der dreht sich dann so. So. Aber du gehst ihn ja trotzdem in der Hand. Aber ich dachte, das wäre so ein stationäres Ding. Das wäre schön, ja. Auch wie bei Subsistens. Ja. Den? Ja, genau so. Genau, genau in der Art. Ja, guck mal, ich habe auch mal was gewusst. Haha. Du weißt sehr oft was. Ja, ist eher Glückssache. Frag mal meinen Mann, der dann tagelang überlegt, was hier kaputt sein könnte an technischen Geräten. Und dann komme ich mit einer wahnwitzigen Idee und dann war es das auch noch. Das ist dann ja nicht wahnwitzig. Das ist ein gut informierter, ein gut informierter Rater. Ne, ich habe keine Ahnung. Die ganze Zeit weiß ich gar nicht, was ich mache. So fühle ich mich immer. Ja. Ja. Und? Was tun sie in der Arbeit? Keine Ahnung, ich komme halt jeden Tag her. Ja. Und Leute fragen mich manchmal um mir Hilfe. So, kannst du mir das machen? Ich habe keine Ahnung, was du von mir willst. Ja. Aber ich mache es trotzdem gern. Haha. Oder sie stellen dir eine Frage und du gibst irgendeine Antwort und denkst dann, okay, passt. Ja, und dann gehen sie weg und fünf Minuten später denkst du so, habe ich ihn gerade. Habe ich das Richtige gesagt? Ja. Kenn ich. Ja. Aber das Geile ist ja in meinem Beruf, ich verstehe meine Klienten ja kaum. Haha. Meinen Klänen. Es geht mir auch so, aber es liegt an den Akzenten. Ja, ne, eigentlich an den Sprachfehlern. Haha. Also, es gibt so manche Kinder, die könnten mir einen Ferrari verkaufen. Ich würde ja sagen, weil ich es nicht verstehe. Ja, ding, ding, dong, 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 es ist vorbei. Oh ne. Können wir den kündigen? Oh, du kannst es versuchen. Also dann. Ja. Dann würde im das sagen, ding, ding, dong, 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 es ist vorbei. Ich habe es tatsächlich gerade nicht mehr bemerkt. Ne, ich habe es aber auch gerade erst gesehen. Also, wir sagen danke, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Jo. Ciao, ciao. Ciao.